Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten HIIT Workout, HIIT High Intense Intervall Training und zwar wurde gewünscht, dass ich eins mache für Bauch und Arme. Ich habe das versucht zu kombinieren. Ich habe euch wieder vier Übungen bereit gemacht. Jede Übung machen wir 30 Sekunden lang. Danach kommt 20 Sekunden Pause. In der Pause könnt ihr durchatmen, ganz kurz relaxen, aber nur 20 Sekunden lang und dann geht es wieder richtig los. Das Ziel ist in den 30 Sekunden so viel zu machen, ihr könnt Gas zu geben, euren Puls hochzujagen und das einfach durchzuziehen. Wir machen davon drei Runden. Ich habe mir wieder meine HIIT geschnappt, wieder den Timer eingestellt und zwar vier Runden, 30 Sekunden, Vollgas, 20 Sekunden Pause. Ihr braucht euch in keine Zeit zu kümmern. Ihr hört es immer, wenn die Zeit vorbei ist. Kurz durchatmen, Position wechseln und weiter geht's. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und gutes Schwitzen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020